Und Anna Hoja soll jetzt die Angabe reinbringen. Sie wird ja noch eine Chance. Ja, die haben sie auch, aber dann müssen sie jetzt Punkte hin, weil sonst haben wir Matchball SSC. Gut geholt. Nur schlechtes Zuspiel. Und das war ein klasse Block von Ines Barton. Ja, wie gesagt, die lassen sich nicht abschütteln, 23, 2021. Anna Hoja erneut jetzt mit der Angabe. Und Thora nimmt noch die Auszeit. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme von Thora Alexanderson, nochmal seine Mädels einzustellen. Weil, ich wollte gerade ansetzen, weil wenn der Ball jetzt drin ist, von Anna Hoja, dann ist man bis auf einen Punkt dran und dann wird der Satz hier richtig, richtig eng. Und so ein knapp verlorener Satz kann auch ein Kneck geben in einem Spiel. Ja, auf alle Fälle. Man dominiert eigentlich das gesamte Spiel bislang. Im dritten Satz gab es einige, mehrere Probleme, aber dann war die Führung doch auf vier Punkte weg. So, Münster schlicht auf. Oh ja, jetzt mit der Angabe. Und er ist zu weit. Und damit Matchball für den Schweriner Sportclub. So, die Halle hebt sich, Spielsatz. Satz und Spielball für den SSC. 24 zu 21 steht. Janine Volker geht und aufschlägt Nadja Schaus. Und Sie hören Sie mal, hören Sie mal in der Halle. Und das war mit Übersicht Anja Brandt verwandelt zum 3 zu 0 Sieg über den USC Münster. Ja, das war im dritten Satz dann auch ein sehr, sehr tolles Volleyballspiel in den ersten beiden Sätzen. Eine richtig klasse Vorstellung vom Schweriner Sportclub, die er verdient mit dem 3 zu 0 gegen den USC Münster gewinnen. Und damit ihre starke Serie fortsetzen und damit gewaffnet sind für das Europapokalspiel jetzt am Mittwoch und für den Rest der Saison. Da können wir uns auf tolle Spiele freuen, gerade gegen den Dresdner SC hier noch zu Hause. Und der dritte Satz, das Haar und Kämpft, 25 zu 21, Spielzeit, 25 mit dem Spielgewinn. 13 Euro gegen den USC Münster, der Knappseger, ist da so klar bei der Schweriner Siegler. Und ich möchte natürlich als erstes das Riefer geben, hier an Axel Bühle, Trainer bei der USC Münster. Auszeichnet sich noch mal der Sprücherlauf. Was hat Ihnen gesagt, was hat Ihnen nicht gefallen? Ja, ich möchte Tore zunächst gratulieren zum Klaren 3 zu 0. Ich möchte den Verein gratulieren zu dieser Tore-Neuen-Halle. Ich bin das erste Mal hier gewesen und ich muss sagen, hier spielt es sich gut. Und die Stimmung ist fantastisch. Und die Vollball-Liga hat wirklich der Halle und diesen Verein in Dortmund. Ich denke, die Studierenden haben heute ein sehr, sehr starkes Spiel, fast jeder Verein gespielt und trotzdem recht ärgerlich. Weil wir haben außerhalb der Lippensatz zwei Sätze quasi nicht standgefunden und haben nicht unser Niveau erreicht. Und das bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Wenn wir so spielen wie im Satz, kann man sagen, das ist okay, dann haben wir gegen einen stärkeren Gegner verloren. Aber wenn man sich weiterentwickeln will, muss man sich an den starken Gegner messen und dafür muss man sich zeigen. Wir haben uns in den ersten Mal letztendlich gezeigt und darüber werden wir reden im Anfang des Spiels. Dankeschön, hier war Axel Bühle zum Kommentar zum Spiel. Bei der Kitzung mit Tore Alexander Braun, ein Kitzungsspiel von Ange, für das gewonnen Auswertspiel. Mit dem Europa-Pokal heute 3 zu 0. Das läuft aus deiner Sicht wie ein Spiel. Ja, so richtig ist es extrem zufrieden mit der Besondens der ersten zwei Sätze. Ich finde auch, dass wir haben sehr stark gespielt. Gerade das Lebenssatz war ein bisschen verhofflich. Aber 3 zu 0 ist 3 Spiele. Und wir freuen uns über diese Zeit auf den Zauber. Ich hoffe, es hat auch für die Zuschauer Spaß gemacht. Und noch mal die Superstimmung abgestellt. Es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Kitzung gesessen. Das war das Kitzungspiel. Und ich hoffe, Alexander, das ist auch gleich weitermachen. Axel Bühle, der hat jetzt die beste Spiellevel für Mühle. Oder auch seien es nicht, weil wir schon in der Exilie sind. Ich hoffe, ich kann mich über Anja Rampel stehen. Weil sie in der A-Bühne stehen lassen. Und wir haben die Kitzung noch ein bisschen mit der Anze. Aber es ist ein Wort. Anja kommt hier noch mal zu uns an die Saugierin. Und ich freue mich auch mal als Mikroachse. Und die Aufgabenzeit war natürlich Torarek Sanderson. Und das ist die beste Spielerin beim UFC-Werstein. Ja, wir haben sie sehr lieben Sport genommen. Sie haben die Mannschaft sehr stabilisiert. Wir haben die meisten Staten bei der Universität. Also, wieder der Siebzehn. Und wir haben sie auf die Saugierin. Und Sie kommen auch noch mal zu uns an die Seite. Hier, das kommt noch mal hier zu uns. Ja, das macht die beiden Spieler, der stelle sich. Ganz kurz, wir wollen noch mal bei der Schule mitfragen. Du hast natürlich... Hey, Ines. Hier heute gleich, wie ihr seht, das Rest aber auch in der Handel. Aber ob es der Vergebnis kommt jetzt nicht, weil wir dadurch zunächst 3-4-Wahrzeit spielen. Ja, also ich denke, wir müssen viel tun bis zum nächsten Spiel. Wir haben natürlich, wie Axel schon gesagt, die ersten Ansätze deutlich besser in den Wurzspielen. Und gerade in der Abwehr war das sehr schwach gespielt. Und wir müssen deutlich mehr Abstimmungen finden. Und wir müssen uns auf die Gegner jetzt im Vorbereiten. Der nächste Gegner ist Schuttgart-Box zu Hause. Und das wird natürlich auch eine große... Dankeschön, wie wir es machen. Und noch mal ein Dankeschön. Was andere hast du gemacht, die wir haben, dass die Woche reinholt, die wir heute in der Europa-Betage haben. Ich hoffe, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Ja, Spaß noch, voll zu spielen. Sehr gerne, was ich alles gut gemacht habe. Und jetzt geht das noch mal. Aber wir wollen den Lernfreitag. Und wir wollen das ja alle kommen. Ja, und das soll auch Spaß. Stichwort sein. Vielen Dank, wir sind jetzt am Mittwoch hier 18 Uhr. Vielleicht an der Tora-Betage haben wir das jetzt geholfen. Und dann wollen wir mal bei der Schraube. Ja, nochmal. Wir möchten alle zuschauen, wir sind zurück. Doch, diesen Preis würde gehen. Wir mussten nach dem Spiel, der hat so gewinnt. Wir brauchen die Stützung. So, bitte, wir sind Mittwoch 18 Uhr. Vielen Dank und herzlich willkommen, dass wir wieder an der Schraube gehören. Wir haben einen Rundfunk im Mittwoch 18 Uhr gesehen. Hinter der Petro und Axel Wille-Streuchert haben wir in der Heimkraft. Und beide geht der Bundesliga bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, wir machen ein bisschen schnell. Kristin Kaspersky, du hast viele zu begrüßen. Hier bist du noch sehr bekannt in Schwerin. Wie ist es wieder in Schwerin zu spielen? Schon schön. Also, ich habe mich sehr gefreut, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Und doch, es ist immer wieder schön, es hier zu spielen. Ja, trotzdem, das Spiel ist euch nicht ganz so gelungen. Gerade die ersten beiden Sätze. Euer Trainer sagt, ihr habt nicht stattgefunden. Siehst du das genauso? Ja, in den ersten zwei Sätzen waren wir, glaube ich, gar nicht da. Also, das hat man auch gesehen bei neun Punkten und davon noch Aufschlagfeder von Schwerin. Da kam gar nichts von uns. Ja, und im dritten Satz hatten wir ein bisschen den Eindruck, das Spiel geht ganz viel über dich. Und wenn es bei dir funktioniert, funktioniert es auch bei Münster. Wie lief die Saison so für dich? Oh, bisher bin ich gar nicht so zufrieden gewesen mit meiner Leistung. Heute hat man wieder ein bisschen was aufgeblitzt, wo ich mich darüber gefreut habe, das Positive mit rausnehme. Aber bisher war ich noch nicht so zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ansonsten, wie hast du dich eingelebt in Münster? Oh, eingelebt schon sehr gut. Also, ich bin ja jetzt schon sehr lange da, seit August. Und doch, habe mich sehr gut eingelebt. Ja, dann wollen wir dich nicht aufhalten. Du wirst sehr viel gefragt, Christine. Vielen Dank, äh, ja, für das Interview. Ja, 3-0 gewinnt der Schweriner SC gegen den USC Münster. Ich habe nun beide beste Spielerinnen bei mir auf der Seite vom USC Münster, Ines Baden auf Schweriner Seite, Anja Branden. Und ich beginne mal mit den Gästen. Wir hatten so den Eindruck, man kann das Spiel an dir ablesen. Mit zunehmender Dauer stärker geworden. Der erste, die erste Angabe, hatten wir Angst, dass sie nicht übers Netz kommt. Und später schlägst du Schmarini die Bälle um die Ohren. Wie ist das zu erklären? Ja, ich habe einfach versucht, ins Spiel reinzukommen und versucht, meine Mannschaft mitzuziehen, um halt dem Gegner Gegenleistung zu zeigen. Und musste dadurch halt dann auch öfters mal ran im Angriff nehmen. Ja, Anja, bei euch war es ein bisschen andersrum. Zum Teil gerade im zweiten Durchgang Weltklasse-Abwehrleistungen aus unserer Sicht. Im dritten Satz ein bisschen abgefallen. Hat die Konstellation nachgelassen, ist es die Kraft oder passiert das einfach? Ich denke, das passiert einfach, dass es mal ganz kurz nachlässt. Und wir haben uns ja auch sofort wieder gefangen, haben alle Elemente gut weitergemacht. Und letztendlich hat es gut geklappt. Ja, ihr habt jetzt ein straffes Programm. Ihr wart jetzt gerade in Belgien. Ihr habt in Wiesbaden das Spiel gewonnen, hier gegen Wils-Biburg. Jetzt hier gegen Münster relativ klar. Nächsten Mittwoch wieder gegen die Belgier. Hartes Programm. Schlafft das? Ja, also das schafft es schon ein bisschen. Aber ich denke, wir sind im Moment gut drauf. Wir haben viel Kraft und wir machen das ganz gut. Ja, der Trainer hat gesagt, ab Dresden seid ihr auf eurem Leistungsniveau. Er hat ziemlich gute Voraussagungskräfte, oder? Ja, ich denke, wir haben einfach weniger über schlechte Sachen nachgedacht. Und deswegen hat das jetzt auch so gut geklappt. Wir haben unsere Stärken wiedergefunden. Und jetzt geht's weiter. Ja, du kannst das aus der Saison auch sagen. Du weißt, wie das ist, auf der Platte zu stehen, heute ein gutes Spiel zu machen. Du weißt, wie das ist, lange Zeit draußen zu stehen. Wie guckt sich so ein Spiel von da außen an? Ich denke, dass es auch sehr, sehr spannend draußen ist. Man kann selber nicht eingreifen, aber man weiß, welche Stärken die anderen Spieler haben und wo die liegen. Und dass sie das dann letztendlich doch machen, auch wenn man draußen steht. Ja, auf deiner Seite, wir haben immer wieder beobachtet, wenn Schwerin angreift. Du wolltest sie, glaube ich, verunsichern, dieses Tippeln, was du machst. Warum hast du dir das angewöhnt? Das ist nicht, um den Gegner zu verunsichern, sondern es ist einfach meine Vorbereitung auf die Annahme, dass ich meine Beine schnell genug bewege, um an den Ball zu kommen. Ja, klare Ansage. Für den USC Münster, was habt ihr euch vorgenommen? Der USC Münster, eigentlich bekannt noch aus der Spitze der Bundesliga, sieht nicht ganz so aus. Woran liegt das? Ich denke, wir haben uns als Mannschaft einfach nur nicht genug zusammengefunden und ich denke, dass dieses Jahr ein gutes Mittelfeld für uns okay wäre. Wir kennen auf eurer Seite noch Kaspersky, sehr gut aus der letzten Saison hier aus Schwerin. Was hast du für einen Eindruck von ihr? Ich denke, dass Chrissi es heute sehr, sehr gut gemacht hat. Es gibt Kleinigkeiten, die sie noch ändern kann und sie ist auf einem guten Weg. Wie geht ihr jetzt nach dem 0-3 gegen Dresden, nach dem 0-3 hier in das schwere Spiel gegen Stuttgart? Ja, wir müssen uns deutlich besser vorbereiten und uns in der Abwehr, gerade im Block, verbessern, um auch gegen Stuttgart dann mithalten zu können. So, jetzt habt ihr beide, an ihr fragen auch noch nicht beide, ihr habt beide jetzt die Auszeichnung zur besten Spielerinnen bekommen. Wir können das vielleicht mal kurz zeigen, so eine schicke Medaille. Ich kann mal ein bisschen näher, damit man das mal sehen kann. Was, was, oh, entschuldige. Was bedeutet so eine Auszeichnung für eine Spielerin? Ich finde, es ist eine besondere Kenntnisnahme anderer Trainer oder der Zuschauer, dass man halt was geleistet hat im Spiel und ich finde es gut, dass der VL sowas veranstaltet. Ja, das ist selber an dich. Ja, ich sehe, also ich finde es genauso. Ich finde es toll, dass es sowas gibt und dass man sieht, wer der Beste war. Gut, dann noch eine abschließende Frage an Ines. Die Halle heute gesehen, es war eine Riesenstimmung. Wird sie hier spielen? Ich finde die Stimmung super. Ich bin es aus Münster ebenfalls gewöhnt, so viele Zuschauer da zu haben und ich finde, die Halle ist super gelungen und warum nicht? Ja, das ist eine klare Ansage und damit verabschieden wir uns heute hier aus der Arena in Schwerin. Und wir sehen uns wieder bei der neuen Sendung von Sport in Schwerin.